5 Sekunden, hurry, hurry! Cool! Dark Willow ist instant da als Support. Das finde ich cool. Und ich hab ein... Somehow... An MVP Rating. Three times MVP. Okay. Cool. Ich muss echt mal ein... Coaching, muss ich mir echt überlegen, wie ich das mache. Ob ich das mache, wie ich das mache. 10 Sekunden zu wählen. 5 Sekunden bleiben. Okay. Amber Offlane. Okay, Specter. Radiance Heart. Radiance Diffusal. Nachdem... Es wird aber... Vermutlich... Ziemlich hartes Spiel. Ja, schau. Ist nicht in meinem Jungle dabei. Aber im Moment sieht es sehr vorteilhaft für mich aus, was diese Zahlen angeht. Ähm... Anti-Made ist natürlich jetzt... Oh, Enemy. Okay. Witch ist jetzt nicht ganz so gut für mich. Wie auch immer sich diese Zahlen bestimmen. Ähm... Ich meine... Anti-Made haben wir... Nicht zwingend... Oh, naja gut. Wir haben schon ein gutes Stück Kontrolle. Jetzt fehlt dir noch eine... Offlane. Obwohl ich behaupten würde... Das Line auch gut dahin könnte. Ähm... Ja, ansonsten... Sniper mit. Hm. Warte, Anti-Made ist nicht, aber... Sniper ist... Kriege ich noch... Irgendwie... Ja... Hm. Hm. Hatte ich nicht ein... Au, stimmt. Ich habe ja noch ein Set. Hm. 3, 11, 14... 3, 11, 14... Ups. Lips. Okay. Mal gucken, wie viele Spiele ich überhaupt hinbekomme. Hm. Hm. Eine Vanguard ist auf jeden Fall kein Fehler. Wenn ich meinen Farm bekomme, sollte das kein Problem sein. Mein Laien und Sniper werden dann... schon fast von meinen Illus sterben. Mann, ich muss mal wieder aufräumen hier. Ja, damit... 30 Sekunden, bis... Digital Sports. Hm. More Shovel Consumers? Das ist nicht schlecht. Hä? Okay. Das war strange. Oh. Dann hoffen wir mal, dass ich mir den Arsch ein bisschen freihalten kann. Wundern. Wundern. Dangit. Das ist der Neu... Der Neu bekommt. Aber ich hab schon mal... meine Brown Boots. Das sollte auf jeden Fall helfen. Nein. Ich habe die Nein. Ja. Ja. Na MUS Schольшime? Drei,ancies. Was ist das? Die Lord. Ich bin jetzt. Ahm... Ja, mach ich. Ich bin der Fall. Das war merkwürdig. Wäre ich da draufgegangen? Verdammt. Das war mein Fehler. Dann wäre sie gestorben. Dann hätten wir... So. Aha, tatsächlich. Okay. Aber ich meine, im Moment läuft es gut. Ich bin 12-4 gegen 13-2. Ein bisschen hinterher. Dang it. Okay. Purchase Level 2 Und Wind muss auf jeden Fall zurück, um sich zu heilen. Es steht echt gut im Moment. Oh, es muss gar nicht so weit zurück. Ich habe doch gepinkt. Ich habe doch gepinkt. Me. Okay. Dang it. Ich habe mich auch verbraucht. Ich soll vorsichtig sein. Ich soll die Scheiße nicht abbrechen. Ich weiß gar nicht was. Ich glaube aber nicht. Ich weiß gar nicht. Dang it. Ich habe checken zu langsam. Ich habe einen Schuss mit dem. Oh, shit 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 shit. Ich habe einen Schuss mit dem Schuss mit dem Schuss. Oh, Mann. Oh, da ist ein Stack. 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 Komm schon, Mann. Killing Spray Double Kill. Nein, genau. Den Boots Kauf hätte ich mich weggeben sollen. Oh, da ist ein Stack. Oh dang it, hier geht's schon eigentlich ganz gut, hier 1, 2, 1 ist natürlich nicht unbedingt auf Burner, aber, dang man, der Ring wird mir auf jeden Fall helfen, shit me, ja, das ist nicht auf jeden Fall, shit meh, mann, fucking level 5, shit kotzen, oh ja, ich kann Haunt benutzen, um nach vorne zu kommen, dang it, dang it, oh mein Gott, oh mein Gott, Optimus kommt, oh mein Gott, sag ich, so wie ich, so wie ich weiß, wie ich weiß, Ich wollte gerne den Ring haben. Wow. Oh, was er? Wohin. Was er denn? Wohin. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, Herr. Oh, was er? Windfield, Arm of Mark. Das war's. Okay. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 experiencia von ZDF, 2020 Was ist das Problem? Ich habe keine Ahnung, wo der Arsch ist. Ja, du... Das hilft einfach nicht. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Das ist keiner... Keiner auf die Idee, mal nach den Wards hier zu gucken. Oh man... ische... Hoffnung? Ich bin ein Scherz. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Okay. Lange. Das ist mein erstes Mal in Ember, ich bin neu. Oh, jemand kommt, jemand kommt! Ich habe keine Mana, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Damage davon, wirklich. Arsch, die haben hier einen Ward stehen. You fucking idiot. Ah! Ah! Ich verrasche, Mann. Hm. 1260, brauche ich. Okay, ich bin definitiv einen Fehler gemacht und bin nicht hingesprungen. Definitiv einen Fehler gemacht und bin nicht hingesprungen. Äh, ansonsten hätte ich den Sniper Kill bekommen. Sehr freundlich. Sonst kann ich ja nicht unterstützt. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich werde das auf den Weg. 1100 brauche ich noch für es 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 und es 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 Nein, ne Fresse. Dang it. Okay, schauen wir mal die. Okay, schauen wir mal. Okay, jetzt ist es nicht mehr weit. Okay, schauen wir mal. Okay, schauen wir mal. Okay, schauen wir mal. Okay. So. Okay. Oh. Okay. 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 Schade. Ich muss mich gerade das noch mitholen. Okay. Okay. Das ist sehr freundlich. Oh, naja. Okay. Hey. Eigentlich was mir fehlt ist Mana. Oh. Oh. Oh, komm schon. Oh. 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 Ja, aber wir können nicht viel machen. Oh. 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 what the heck what the heck okay Okay. Mm-hmm. 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 Okay. Oh shit man. Okay. Fuck me. Das ist das Problem. Okay. Sieben, sieben, vierzehn. Sechzehn, vier, alter. Okay. Hm. Ich fahre mit ner Blade Mail, okay. Okay. Ich. Hm. 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 Spursion, sechs Prozent. Ja. Auf jeden Fall. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall Evasion plus Miss Chance, 17, 15, 32 Prozent Miss Chance. Oh, ich könnte Sniper eigentlich. Hm. Hm. Okay. 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 Bye. für die, die. oh no oh no you don't need butterfly you just need to fucking push oh fine i'll come in and issues for you if you guys didn't call it oh oh man oh get back get back thank you if you have power let's go rush oh let's kill this place for the come come let's push let's push somewhere guys push me push me push me push me go push me go push me go push damn it Shit, man. We just end the game. Ich brauche eine Blademail, mich hat er nicht angegriffen. Ich brauche eine Blademail, mich hat er nicht angegriffen. Ich brauche eine Blademail, mich hat er nicht angegriffen. Ich brauche eine Blademail, mich hat er nicht angegriffen. Ich brauche eine Blademail, mich hat er nicht angegriffen. Ich brauche eine Blademail, mich hat er nicht angegriffen. Ich brauche eine Blademail, mich hat er nicht angegriffen. Ich brauche eine Blademail, mich hat er nicht angegriffen. Ich brauche eine Blademail, mich hat er nicht angegriffen. Ich brauche eine Blademail, mich hat er nicht angegriffen. Ich brauche eine Blademail, mich hat er nicht angegriffen. Ich brauche eine Blademail, mich hat er nicht angegriffen. Ich brauche eine Blademail, mich hat er nicht angegriffen. Ich brauche eine Blademail, die sich angegriffen. Ihr blabbered. Ihr blabbered. Ah. Hm. Hmmmm... Let's wait for a Mega Wager. Dang it! Monster! Monster! Super! I have no money. Huh? Dang it! If you have... I'm fine with that Mega. If you have a blade nail, you fuck three of them, bro. But you don't have any mana, so you die. Okay. Sniper müsste ich jetzt eigentlich einfach so bekommen. Einfach nur dadurch, dass ich da bin. Mhm. Obwohl ich hätte Haunt Illusion Damage nehmen müssen. Ups. Nein, das ist Level 17, normal. Your middle tower is under attack. Pfff. Midtower taking damage. Mmh. Silver. Mmh. Congratulations. Your middle tower is being attacked. Hm. Mmh. Wart mich wo Sniper is. Wart mich wo Sniper is. Mh. 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 Let's go with the Magus. Mh. Okay, let's go. Still unmarked. Enough farming maybe. Ja, ja, go push, go push. How about waiting for Ember? I'm trying. Not trying. No. Ja, ich kann aber nichts machen. Ja, 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 ja. Gott, jetzt zurück und hornt? Mein wird der Tod. Nein. Gott, jetzt zurück und hornt. Mein wird der Tod. Sniper Tvist of Anti-Mages Tvist of Anti-Mages Tvist of Anti-Mages 哎呀 嗯 好玩吧 We need left autism. Ja, eine Mage hat aber auch noch einen Stick. Oh, ich glaube ein Zepter, das hilft auf jeden Fall. Aber wenn wir so weitermachen, dann haben wir ein Problem. Oh, fuck me. Oh. Oh, Mann. Das ist nicht so einfach, wie man sich das denkt, ne? Irgendwas fehlt mir. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. So, nein, Mr. Chio rät. So, da muss ich alleine sein. Ich bin ich eigentlich nicht. So, ich bin ich. 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 Hm. Wow. Hmm. Gut, dann Spektor habe ich geschafft, Wards habe ich, ich habe meine Daily, jetzt könnte ich mich dran machen und